Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Filigraner Cleriker. Die ist direkt abzuschließen bei Kira Hort in Heilsturz an dieser Stelle im Gebäude drinnen. Ich zeige es euch auch von außen. Und dafür müsst ihr schon diese Seite haben, den Filigranen Cleriker. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie bin ich an diese Seite gekommen? Wie komme ich an diese Seite? Schaut mal, ich habe es. Hier ist es. Und es ist ganz einfach. Diese Seite gibt es als Quest Belohnung von der Quest Gefundene Zeit. Ist Teil von dieser Quest Reihe hier in diesem Gebiet. Bei diesem NPC einfach questen, questen, questen. Und irgendwann gibt es die ersten drei Items als Belohnung, die ihr einfach abgeben müsst. Danach gibt es keine Folge mehr. Wundert euch nicht. Es nennt sich TimeGated. Das heißt, es muss eine Zeit vergehen, bis die Folge Quest erscheint. Also immer mal wieder auf die Map schauen, ob hier ein Außerverzeichen ist. Bis eins erscheint, dann macht ihr diese Quest, dann nach ein paar Tagen vielleicht eine andere. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen, um hier Schluss zu fordern, wie ihr an diese Seite kommt oder wie ihr an dieses Item gekommen seid. Falls ich euch helfen konnte, dann könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.